So, kurzes Pulschen ist rum. Hier machen wir wieder Play. So, was haben wir denn für Jobs? 3, 4, 3, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 8. Na dann. Zeig mal her. Renovierung starten. Ähm, wir nehmen wieder Holz, weil das ein Wohn-Küchen-Bereich ist tatsächlich. Den wir aber tatsächlich auch noch ein bisschen abgrenzen können. Indem wir das hier einfach als Flur nutzen. Damit, so. Ähm. Damit dieser Style immer noch hammermäßig gefällt mir mal alles so. Hammer. Dann einen Kühlschrank. Hammer. Einen Herz. Hammer. Eine Küchenspüle. Hammer. Ein Küchenschrank. Hammer. An ca. Hammer. Herr war. Muss. 心ure vonßual. so und dorthin eine abzugshaube ja doch ein bisschen hin und herrücken abzugshaube ja ist teilweise mittig Wasserkocher ein Hocker warum auch immer Wandlampe so und eine Wand pflanzen so wie viel haben wir noch? 2000 ach du scheiße äh äh ich mach den da hin 1 2 3 1 ähm ein TV Gerät und was und das? ein Sitzkissen und das dort äh und das Ding da drauf machen haben wir TV schon mal ähm ich weiß ja nicht mal wie viele hier reinkommen in den Haushalt eine Wanduhr eine Wanduhr eine Wanduhr eine Wanduhr haben wir auch Deko technisch könnte noch ein bisschen was aber was aber was ähm ähm mit das so und so machen dann passt da ein bisschen was drauf ein tick oder sie liegt du 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 Dru du du so und so sieht es jetzt aus 84 na wird doch so Wird doch, wird doch, wird doch. Ach geht auch scheiße, schon zu teuer. 92% Job abschließen. Der Whisky gefällt irgendwie eben. Der Whisky gefällt jedem. Dann lass mal gucken. Leider keine Bonuszahlung bekommen, schade eigentlich. 3, 5, 3, 4, 5, 3, 4. Ja, hier kommt dieser Babysitter Job. Ach so, es sind sogar Zwerleul. Oh, nelelele. Der nur noch. Banany! Der sitzt auf dem Klo, alles klar. Banany! Sinema! Mehl? Tag, Tag, Tag. Okay. Boah, haben die Knochen geknackt. Und die ist total trunken, Alter. Mhhhmm. Burda. Oh, ist da. Oh, seit neuestem machen die keine Mietschulden mehr. Ja, das interessiert mich grad, Null. Ach komm, du kriegst auch noch mal ne Masseuse. Musst du aus der Badewanne raus. Oh, das ist toll. Oh, das ist toll. Oh, das ist toll. Du, 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 du. What? Oh, das ist toll. sicher dass ich die massagen nicht mag was für dreckhaufen hätte ich es besoffen so die mag das ich wusste es ich wusste es und jetzt seufzt sich ja die hucke voll dreck und elektriker brauchen okay Ja! Ja, 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 ja! Okay, okay, okay! Haha, das tut schwein, die war gerade auf dem Klo! Ähm! Okay! Hm... Ich sag mal nix dazu! Oh, könnte besser sein! So, hier haben wir wieder so ein wunderschönes Ding! Äh... Ach, schon wieder der Quark! Reinigen! 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 Oh! Fristeinhaltung! 11 Tage! Mal gucken, ob ich das hinkriege! Tschüssi! Tschüssi Koski Onkel! Reinigen! Ich hab' den Papier an! Ehhhhhhhhh! Warte mal was! Ein Badezimmer, will ich auch noch haben? Was will denn der Bad alles haben? Toilettenpapier, Toilette, Duschkabine! Reicht ein kleines Bad aus! Bauen! So! Fangen wir hier an! Laminat! So! Schon wieder rote Wände! Wer macht sich rote Wände? Eieieiei! So, den Quark muss ich jetzt mal einklappen hier! So! Eine Duschkabine! Alter, weil das... Ende der Map ist, kommt man hier einfach nicht weiter! Wow! Mal das halt so jetzt... Ähhhhhhhhh... So! Klo kriegst du natürlich auch noch! Und Toilettenpapier! Ja! Hä? Jetzt wird auf immer blaue Wände! Ah, der wollte rote Wände! Ah, okay! So! So! Die Hammer... Ähhhhh... Steinboden! Der sieht geil aus! Alter, der sieht wirklich geil aus! Warum da so ne scheiß Wände? Ahhhh... So! Wie viel brauche ich denn? Zwei Stück davon! 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 ach komm lass mich doch in ruhe so ein gussofen Barackenschrank 1 2 3 4 so Dosenfutter 1 wieso kann ich das nicht da unten rein machen was soll das 3 mal noch das ist doch eine scheiße ich das nicht da unten rein machen kann so ein Kühlschrank wieviel Geld hab ich noch 7 so ein Weinregor so ein Ventilator so eine Teekanne Gasflaschen ok kleine Deko so 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 Haben wir alles. Wanddeko bevorzugt. Tütütütütüt. So, wir hätten alles. 100 Prozent. Na dann, abschließender. Oh, ein altes Mutschen ist mal hier und bewertet. Null. Na da, na da. Der Boden sieht immer noch hammergeil aus. So, volle Punktzahl. 17.000 bekommen plus 4.000. Nice. Ist hier irgendwas offen. Schulden Neu. Schulden Neu. Schulden Neu. Ich hab jetzt 89.000. Oh. Da gibt's wieder Geld. Ach du Schuss. Okay, komm scheiß drauf. Handeln wir mal allem. Wir versuchen's. Dazu einfach mal bequem insetzen jetzt hier. Wat muss das muss. Das ist auch geil. Treppe geht hier runter. Da ist ne Feuerlöschdecke. Da ist der Feuerlöscher. Oder... Ne, der Feuerloch. Feuerlöschloch. Wie sollen die da hinkommen? Super durchdacht. Der Bau dieses Hauses. So. Renovierung starten. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Äh. Äh. Würde ich tatsächlich so machen? Ähm. Und so. Schon haben wir drei Zimmer. Fangen wir mit dem Badezimmer an. Steinboden. Ich liebe diesen Boden. Ähm. Ob's das auch wirklich als Fliesen gibt? Könnte man sich ja selber mal in... Ja. Schlau machen und in die Bude dann einbauen. Äh. Und diese Wand ist einfach nur hässlich. Eine Duschkabine. Wie viel hab ich zur Verfügung? 13.000. Dann kriegst du die hier. So. Eine Toilette. So. Ein Waschbecken. Eine Klobürste. Und Klopapier. Gut. Bad ist fertig. Küche. Hartholz. Wandgrün. Hammer. Kühlschrank und ein Herd. Mehr will er nicht haben. Wow. Dann machen wir erstmal schnell hier drüben im Schlafzimmer weiter. Ähm. Ein Bett. Was für ein Bett? Linoleum Boden. Wimper. Toilette. Es macht nix 5 Liter Aukab tucked in ständen. Die Blöden. Dein der Linoleum. Der Klapp. Ein Pledeschen. Wimper. Ergut. Der Klapp. Der Klapp. Nehmen wir das hier. Wanddeko. Wow. 0, 13 ok. Dann machen wir mal die Küche noch ein bisschen weiter. Hier. Ich hab noch 7.000. Nein, den Kurs hätte ich gerne. Dann jetzt gerne eine Spüle und den Herz. So. Ah, ah, ah. Kommt noch das rein? Wie viel hab ich noch? 6.000. 6 haben wir noch. So, wie sieht's aus? 100% passt. Kann man so lassen. So. 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 Komm scheiß drauf ich muss hier nicht wohnen. Ich muss ja hier nicht wohnen. Ich muss ja hier nachdenken. Wie sieht es aus? 37% Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich suche die ganze Zeit das scheiß Wandregal. 68% läuft. Läuft, 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 läuft gerade. Das war das kleine. Das ist das große. Na, stellst du dich da hin? So, haben wir jetzt noch ein Bild von Halbnackchen, dann wäre das richtig geil. Das wäre die Krönung. Ähm, die Uhr noch. Nee, das nicht. So sieht's aus. 90% passt. Ja, schön, dass du sie überwiesen hast. Okay, guckst du dir das Wurzel an? Nö. Nö. Warum auch? Also, ich könnte hier leben. Das zeigt auch die Bewertung. So, 100.000 haben wir schon. Erreiche monatlichen Cashflow. Oh. Einkommen 5.000, 2.100 kriege ich. Ey, wie soll ich denn das schaffen? Auf 12.000 monatlich zu kommen. Schulden haben sie alle Null. 4,4. 141 kostet die. 194, 246. 300 Eens. Holy shit. Das kann ich noch nicht kaufen. Also, 141.000. Da muss ich noch ein bisschen Geld machen. Ich würde die gerne nochmal anklicken. So. Recherche. In der Zeit kriegt die ein Kaktus. Oh. 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 ich hab dir geschenkt gebracht du musst doch jetzt waren gern die tür 62 prozent erst vor zwei tagen erst eingezogen ok nix damit hinlegen und zocken ab an die tür mit dir blumax ok nur schulden nur schulden nur schulden nur schulden so blumen fast ok hallo es ist dir kalt ja geil mitten auf dem klo kommt mir die bewertung machen das ist immer so geil ist gar noch eine bonuszahlung bekommen was ist das ein illusionist gibt eine echte zaubershow ein profi gibt eine maniküre erhöht verschotterungs profit um zehn prozent freischalten reinigungsgeschwindigkeit 15 prozent ok gut den schaffen heute noch sieben neun tagen erledigt aber da ist mir gerade egal ob so diese frage sie mich dann das da das da das war schon cool verkaufen habe ich mir so mehr geld ja verlassen bad bestimmt wieder so badezimmer da fangen wir an fließende hier wände braun eine duschkabine so eine toilette so kein waschbecken alles klar und ein handtuch halter so schlafzimmer hartholz grüne wände haben wir zwei einzel betten haben wir zwei einzel betten kühlschrank was okay eine mikrowelle das war es okay bewegen dann dort hin so wohnzimmer ein sofa ne du kriegst das hier ne ich glaube erst mal auf dem boden hat holz braune wände haben wir alles so far wollte ich das hier rein haben so farb gibt es einen sessel dazu nö das sieht mir aber aus wie eine studentenbude also das da das da eine tanzstange was ich es es auch es Äh, TV. So, kicker. Alter, was ist denn ernsthaft? Was wollen die denn alles rein haben? So, jetzt aber, ähm, eine Videospielkonsole. Wie flab ich denn noch? Oh, 250 nur noch. Hammer. Dekoration ist mir gerade eben ernsthaft scheißegal. Ich habe nur noch 52 Mücken. Was die alles wollten, ist doch schlimm. Da habe ich das günstige gekauft. Moin Moin Sarah. Wow, Luftmatratz gefällt dem. Ah, okay. Ja, passt. So, 503.000. Ähm, rundum Erneuerung würde ich 87 kriegen. Ich habe ein paar laute Mieter. Hm. Ach komm, wir versuchen mal das. Mir geht's supi, danke der Nachfrage. Dürfte nichts offen sein. Dürfte nichts offen sein. Ne, das sind alles Brabemieter. Reinigung. Eine Leinwand. Eins, zwei, drei Zimmer. Drei Zimmer. Das heißt Küche, Bad, Wohnen und Schlafbereich bestimmt. Ach, Büro. Badezimmer. Okay, wir fangen mit dem Badezimmer an. Hartholz. Äh. Schon wieder grüne Wände. Ich krieg das Kotzen hier. Hammer. Eine Duschkabine. Wie viel Geld habe ich? Zwölf, neun. Äh. Eine Toilette. So. Ein Waschbecken. Da. Was ist das denn für einer? Ah ja, komm, scheiß drauf. Klobürste. Klobopier. Ein Pömpel. Und ein Handtuch, Alter. So. Bad fertig. Jetzt die Frage, das ist das Büro oder das? Ich würde sogar tatsächlich sagen, das weg, da eine Wand hin. Ah. Ne, das zählt ja jetzt als extra Raum. Shit. Da lassen wir das so. Schlafzimmer. Haartholz. So. Braune Wände. Ein Doppelbett. So. So. Ein Wandregal. Oder was? Ein Kühlschrank. Ach. Eine Mikrowelle. Küchenschrank. Küchenschrank. Bücher und eine Wandpflanze und das was ich fehlen darf Wie viel hab ich noch? Sieben, dann kriegt hier ein wenig Fernseher rein. Uff da muss noch was passieren. Büro, Linoleum, Graue Wände. Zwei Schreibtische. Wir nehmen natürlich die günstigen. Ein dahin. Ein dahin. So, du kriegst ein Billo Laptop. Und der kriegt den Gaming Laptop. So. Kleine Dekoration. Nö, jetzt nicht. Wandregal. Ähm. Ne, doch, machen wir hier ein Mittigchen. So. Ein Schrank. Ähm. Noch drei, zwei. Dorthin. Eine Wanduhr. So. So, jetzt kleine Dekoration. Das Ding dort hin. Und hier muss überall noch was passieren. Ach du shit. Ähm. Das Teil. Das. 30% gerade mal. Holy shit. Das. Das ist mal ganz. Das ist mal ganz. Ah. 52, ja gut, das hört sich dann schon wieder besser an. 37, ich wüsste nicht, was ich hier noch machen soll. Das noch vielleicht noch, was ist das, eine kleine Bank. 50, ich habe noch 2000. 2000. Wie sieht es denn eigentlich im Bart aus? 100%, war klar. Okay, durch den Spiegel sind wir jetzt hier richtig hochgekommen. Holy shit. Dann hätte ich hier tatsächlich auch gerne noch einen Spiegel. Bleib bei 50, wow. Whiskyflasche auf dem Schreibtisch. Ähm. Ja. Okay. Da ist wieder einer, der nichts gefallen tut. Ah, komisch, da wenn die Leitung gefällt, da hätten. Was? Äh, ja, danke fürs Geld. Äh, hm, 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 hm. Jetzt bin ich gespannt. Oh, da habe ich was vergessen. Egal. Man kann nicht alles haben. Fehlen noch 20.000 für das nächste Wohnobjekt. Gut. Dann pausiere ich jetzt das Game hier. Ähm. Das war es aber mit meinem Morgen-Stream. Ähm. Ja. Heute Nachmittag wird auch wieder gestreamt. Was weiß ich noch nicht. Äh. Auf jeden Fall danke für alle die, die da waren, die wieder gegangen sind. Und dieses hin und her halt. Ähm. Ja. Und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Stream. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag. CanX. Paix. Most of the time have I been so the time being here before me is my life. We're gonna have to stop my life. And if you're last time for this time it is time for me to say. We're gonna have to go they will totally don't do it. We're gonna have to just have fun.